Noch etwas Tee, Mr. Storm? Das wissen Sie doch. Gießen Sie schon ein. Schön, dass Sie doch noch gekommen sind, Mr. Steck. Um nichts in der Welt wollte ich Ihre Kokosplätzchen verpassen, Schwester Hersey. Sie schmeicheln mir. Mrs. Hunter, ihr habt versprochen, mir ein wenig zur Hand zu gehen beim Tee und dem Plätzchen. Aber gerne. Muss das denn wirklich noch sein, Arnie? Ich mache die Regeln nicht, Schwester Mersey. Ich sehe nur zu, dass Sie eingehalten werden. Ich weiß, ich weiß. Wo ist eigentlich Dr. Deming? Er lässt sich entschuldigen. Das ist wirklich schade. Ihr sollte nicht so viel arbeiten. Der ganze Stress... Mögen Sie noch etwas Tee, Mrs. Ashton? Nein, vielen Dank. Mr. Hallowell? Habloch. Ein paar Plätzchen, Mrs. Drost. Ein paar Plätzchen, Mrs. Drost.